Servus Leute, heute habe ich euch wieder drei Szenen zusammengestellt. Einmal auf Shoreline, ein etwas längerer Fight gegen einige Gegner im East Wing auf Shoreline. Und ja, die haben nicht sehr viele Geräusche gemacht, aber es waren dann doch reichlich Gegner da. Wie ich das Ganze gehandelt habe, gibt es in der Szene zu sehen. Dann habe ich noch einen kurzen Fight auf Lighthouse mit meinem zweiten Account. War ich glaube ich mit der DTM, der unterwegs. Und dann habe ich noch eine Szene mit einem Viewer Kit mit der KS23 und mit der Vector. Und noch ein paar anderen wilden Sachen, war ich da auch auf Shoreline unterwegs. Und was ich da daraus gemacht habe, gibt es in der Szene zu sehen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten im Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Okay, werden wir involviert. Let's go. Links steppt auch irgendwas? Oh no. Ja, geil. Geil. Oh, hier ist es Party. Holy fuck, hier ist Party Äh, aussucht deine Settings, ja, Martin Da findest du Ja, Martin Was zur Hölle ist hier los? Wollte mich eigentlich flicken. What the fuck, Sasaki? Was zur Hölle ist hier? Was zur Hölle ist hier? Ist klar, Junge. Ist klar. Den Move habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ja schon mal einen Schrauben. Ich habe ja schon mal einen Schrauben. Ich habe ja schon mal einen Schrauben. Nee, er kann gar nicht reagieren, Soking. Ich weiß, wo er ist. Hey, Vibe. So. Was ist hier bei mir los? Irgendwo müssen hier noch Leute sein. Weil scheiße, dass der mich am Anfang direkt voll erwischt hat. Wo sind die hin, die hier in meinem Wing waren? Kein einziger Step mehr. Drüben ist noch was und unter mir ist auch gerade was gesteppt. 高vest. dann warst. Dann warst du schon mal auf dem Weg. Oh shit. Scheiße. Ich bin mir. Zwei oder drei. Ganz komische Runde. Hä, sind sie wieder weg oder was? Ich check's nicht. Überall Steps. Und wieder weg. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Hier sind gerade zwei, drei Leute rübergekommen. Und jetzt sind sie wieder weg. Hä, die können mich aber eigentlich gar nicht hören, wenn ich über denen bin. Ist er auf dem Dach oder unten? Und so, let's go. Und so, let's go. Und so, let's go. Auf einmal hockt einer da und fliegt sich. So, keine Ahnung. Außen nirgendwo. Unter mir. Definitiv gerade Treppe unten. Und so, let's go. Ich hab so 100% einen gehört. Der hockt jetzt schon wieder. Ganz komische Truppe. Okay. Das Problem ist, wenn der halt irgendwo sitzt, ne? Und ich einfach so rumlaufe. Ich muss zumindest ein bisschen wissen, wo er ist. Etwas. Ganz Monica. Der ist also zusammen. Ich kann jede Ahnung haben, wo er in einen stattbringt. Ganz komische Truppe. Okay, steppen hinten rum. Hinten im Erdgeschoss. Ist einer. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Hey. Ich kann hier niemals das Looten anfangen. Ich bin übrigens wieder auf EU-Servern. Deswegen spielt sich das hier so komisch. Der hockt noch irgendwo, 100 pro. Ich geh mich jetzt erst flicken. Es ist echt so. EU-Server ist keine Ahnung. Der hockt noch irgendwo da unten, 100 pro. Hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten. So schaut es aus Nudeln, so bedanke ich schon für die 200 Bits. Danke für den Support. Halt einen Moment. Drogen nicht vergessen. Ey, die Runde ist rum, bevor man hier das Looten anfangen kann, weil die Leute halt so gammeln oder weglaufen oder keine Ahnung. Ganz wirre Runde. Ich hab noch nichts gelootet. Oh, ja, sah. Noch eine. Und wieder Ruhe. Ey, das gibt's doch nicht. Zwei. Zwei. Easy save. Unglaublich, das Gegammel. Unglaublich. 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 Und rennt einer. Der hat mich halt echt direkt gesehen. Unglaublich. 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 Wo kommen die jetzt alle her? Was wollen die alle von mir? Ich hab von hier oben bloß einen Scaff erschossen. Das war ein Spieler, ja. Und sein Mate ist jetzt irgendwo da rechts. Oh, shit. He dead. Brauenspieler. Mit Shotgun. Und hier kommt die Nate irgendwo. Oh, Mann. Was wollen die alle von mir? Ich will doch bloß questen. Du musst aufpassen, dass da hinten nicht irgendwo einer auftaucht. Dr. Rosenkohl, vielen Dank für's Follow. Willkommen. Ich weiß, er ist hier. Und Gamert, vielen Dank für's Follow. Ebenfalls willkommen. Da geht's hin mit der M995 Ammo. What? Die haben definitiv keinen Thermal. Keine Ahnung, ob er da noch im Busch ist. Freu uns, lieber Rücken. Ich glaube, wir sind in der Mehl. Wir sind in der Mehl. Ich bin in der Mehl. Ich bin in der Mehl. liegt die weit. Okay, da sollte sie nicht hin. Ich muss raus hier. Gehen wir mal lieber in die Wings. Oh, what the fuck. Der Sniper-Scape müsste eigentlich auf den schießen. Der legt sich hin. Das heißt, der visiert, glaube ich, jemanden an. Okay, ciao. Okay. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob das der Einzige war. Ich weiß nicht, ob das der Einzige war. Jawohl. So, beide SKS. Boah, ich bin halt auch so gigaschwer, fällt mir grad auf. Ich hab halt vier Waffen dabei. Das ist halt auch ein bisschen, ne? Wieso denn zwei Vectors? Aber naja, gut. Nicht so schwer, bitte. Hier, vier Waffen. Oh, Taschenlampe. Oh Gott, lauf. Er ist getroffen. KS. Damit geht's ab. Toss, man. Es ist eine KS. Nix Toss. Aber was ist hier eigentlich schon wieder los, ey? oder? Oh Gott. To get away, to see you again, see you again.